Der Verfassungsschutz darf die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch einstufen und auch entsprechend behandeln. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. 2023 hatte der Geheimdienst bereits erklärt, es gebe Beweise, dass die Junge Alternative sich gegen die demokratische Grundordnung wende. Dagegen hatten die AfD und die Junge Alternative Klage eingereicht. Jetzt entschied das Verwaltungsgericht Köln gegen die Nachwuchsorganisation. Dann vertiefen wir das Thema mit Kolja Schwarz aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz in Karlsruhe. Worauf stützt das Verwaltungsgericht seinen Beschluss? Das Verwaltungsgericht Köln ist überzeugt, dass die Junge Alternative gesichert extremistisch ist. Deswegen sagt sie, in der Sache sei diese Einstufung des Bundesamts für Verfassungsschutz völlig in Ordnung. Das Gericht sagt hier in seinem Eilbeschluss, dass sich die Verdachtsfälle erhärtet hätten über die Jahre und begründet das auch sehr ausführlich in einem 70-seitigen Beschluss. Und sagt unter anderem, dass die Junge Alternative einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff vertrete. Es gehe also darum, das deutsche Volk in seinem ethnischen Bestand zu schützen und ethnisch Fremde, so heißt es da, auszuschließen. Und das verstoße ganz klar gegen die Menschenwürde, gegen die Werte des Grundgesetzes, sagt das Verwaltungsgericht Köln. Deshalb sei das hier völlig in Ordnung. Und deshalb ist dieser Eilbeschluss, die AfD und die Junge Alternative hatten ja im einstweiligen Rechtsschutz beantragt, dass der Verfassungsschutz sie so nicht einstufen darf als gesichert rechtsextremistisch. Das ist jetzt gescheitert. Gesichert rechtsextremistisch, was bedeutet diese Einstufung? Ja, dazu muss man wissen, dass es beim Bundesamt für Verfassungsschutz drei Stufen gibt für die Einstufung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Die Erststufe, das ist der sogenannte Prüffall, da prüft sozusagen das Bundesamt für Verfassungsschutz erst mal, ob es tatsächlich Anhaltspunkte gibt für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Und dafür darf sich der Verfassungsschutz auch nur auf öffentliche Quellen berufen. Also zum Beispiel Zeitungsartikel oder Fernsehbeiträge auswerten oder ein Parteiprogramm oder hier in dem Fall eine Vereinssatzung, aber darf noch keine geheimdienstlichen Mittel anwenden. Dann kommt die zweite Stufe, also dann, wenn sich der Verdachtsfall erhärtet, dass es verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt, dann wird aus dem Prüffall ein sogenannter Verdachtsfall. Das war bei der jungen Alternative 2019 der Fall. Da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz das bekannt gegeben. Und das heißt, dass man tatsächlich den Verdacht hat, dass es verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Und dann darf man sich auch geheimdienstlicher Methoden bedienen. Also ein Instrumentenkasten steht einem da zur Verfügung. Man darf zum Beispiel observieren, man darf V-Männer anwerben und darf unter bestimmten weiteren Bedingungen sogar die Telekommunikation überwachen. Und dann gibt es die dritte Stufe. Das ist dann die, um die es heute ging. Gesichert rechtsextremistisch oder gesichert extremistisch ist die Stufe. Und da geht es dann darum, dass es eben kein Verdachtsfall mehr ist, sondern dass sich das erhärtet hat. Dass man das jetzt belegen kann, dass es verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Und das hat der Verfassungsschutz im April 2023 bei der jungen Alternative so bekannt gegeben. Der Instrumentenbaukasten, der ist dadurch gar nicht groß anders. Auch da geht es darum, V-Männer anzuwerben, zu observieren, eventuell Telekommunikationsüberwachung durchzuführen. Aber wenn man in dieser Stufe ist, dann ist das alles leichter durchzusetzen. Die Hürde ist sozusagen etwas niedriger. Kolja, dann blicken wir noch mal auf das gerichtliche Verfahren an und für sich. Das war jetzt erst mal ein Eilverfahren und die Entscheidung ist bisher auch nicht rechtskräftig. Was kann die AfD-Jugendorganisation gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln nun unternehmen? Ja, die jungen Alternative, aber auch die AfD, beide hatten hier die Klage eingereicht und beide auch den Eilrechtsschutz. Die können jetzt gegen diesen Beschluss Beschwerde einreichen. Das heißt dann, die ganze Sache geht zum OVG, zum Oberverwaltungsgericht in Münster. Und das muss die Sache dann überprüfen. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall passiert. Und am OVG Münster, da gibt es bereits ein Verfahren, was sich im März auch mit der Frage der Einstufung der jungen Alternative auseinandersetzen wird. Am 12. und 13. März wird da verhandelt. Da geht es allerdings noch um die Einstufung als Verdachtsfall, also um die Stufe davor, vorgesichert extremistisch. Auch da hatte die junge Alternative und die AfD gegen geklagt. Und das liegt bereits beim Oberverwaltungsgericht Münster. Und da muss man mal schauen, ob in dieser Entscheidung dann schon, was daraus hervorgeht, auch zu der Frage, ob man sie auch als gesichert extremistisch einstufen kann. Also wie gesichert das Gericht, das Oberverwaltungsgericht Münster, also die höhere Instanz dann, das hält. Aber ja, heute ist das eine Entscheidung, ein Fingerzeig vom Verwaltungsgericht Köln. Eine sehr klare Entscheidung, aber eben noch nicht rechtskräftig, noch nicht endgültig. Kommen wir noch mal zur weiteren Einordnung. Es war ja auch eine Diskussion über ein Verbot der jungen Alternativen aufgekommen. Welche Auswirkungen hat der Gerichtsbeschluss darauf? Ja, ein Verbot eines Vereins und die junge Alternative ist laut Satzung ein eigenständiger Verein. Ein Verbot eines Vereins ist möglich. Und das macht das Bundesinnenministerium dann, wenn der Verein sich gegen die Verfassung richtet, also verfassungsfeindlich ist. Oder wenn die Zwecke oder die Tätigkeit sich gegen Strafgesetze richten, dann ist so ein Verbot möglich. Und dafür ist die Einschätzung der Gerichte natürlich auch in diesen Fragen, also darf der Verfassungsschutz beobachten, wie ist ein Verein einzustufen, entscheidend. Aber wie gesagt, es ist erst mal eine vorläufige Entscheidung. Ich nehme an, das Bundesinnenministerium wird sich das sehr genau anschauen, wird auch noch warten, was das Oberverwaltungsgericht in Münster sagt. Und dann eventuell darüber entscheiden, ob man diesen Weg geht, der dann am Ende vom Bundesverwaltungsgericht überprüft wird. Die sagen dann, ob so ein Verbot rechtmäßig ist oder nicht. Vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen. Kolja Schwarz in Karlsruhe. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020